Am Wort ist Alma Zadic von der Liste Pilz. Sehr geehrte Bundesregierung, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Das, was sich von unseren Augen abspielt, ist ein Skandal. Es ist ein sicherheitspolitisches Desaster. Das gesamte Ausmaß des Skandals wird mit jeder Enthüllung schwerwiegender und wir müssen uns zu Recht Sorgen machen, dass das ein Skandal ist. Das sagt aber nicht nur die gesamte Opposition. Es sagt sogar der Herr Pilnacek und er ist Generalsekretär des Justizministers. Und genau deswegen sind wir heute hier. Genau deswegen haben wir heute diese Sondersitzung einberufen, um Fragen beantwortet zu bekommen. Aber es scheint so, dass sich mehr Fragen auftun, als wir beantwortet bekommen haben. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ist die zentrale Sicherheitsbehörde dieses Landes. Das BVT ist für Spionageabwehr ebenso zuständig wie für die Überwachung von Rechtsextremen, von Linksradikalen oder von Verfassungsfeinden. Das ist die Behörde, die uns vor terroristischen und extremistischen Netzwerken schützen soll. Und Sie, Herr Innenminister, Sie haben diese blitzartig auseinandergenommen. Die Menschen in Österreich haben Angst, weil sie nicht von Ihnen, Herr Innenminister, vor terroristischen Angriffen mehr geschützt werden können. Weil Sie diese Menschen nicht vor rechtsextremen oder linksextremen Übergriffen schützen können. Herr Innenminister, Sie haben einen Überfall auf das BVT initiiert, wo unzählige hochsensible Daten mitgenommen wurden. Diese Daten hatten nichts mit dem Hausdurchsuchungsbefehl zu tun, rein gar nichts. Sie haben der Staatsanwaltschaft Zeugen präsentiert, die wörtlich sagen, ich weiß gar nicht, warum ich hier bin. Der Herr Doktor Lett hat mir gesagt, ich soll hierher kommen. Ja, die Staatsanwaltschaft spricht sogar davon, dass die Zeugin offensichtlich in einer Drucksituation gestanden ist. Man muss sich hier schon die Frage stellen, ob die Zeugen denn von sich aus zur Staatsanwaltschaft gegangen sind oder ob diese Zeugen nicht doch parteipolitischen Interessen gefolgt sind. Was dann aber bei der Hausdurchsuchung abgelaufen ist, hat meine schlimmsten Befürchtungen wahr werden lassen. Erstens, es besteht akute Gefahr für die Informantinnen und Informanten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Ich habe Sie schon in der letzten Sondersitzung im März gefragt, wie Sie denn gewährleisten wollen, dass die Informanten des BVT geschützt sind. Ich habe in einer eigenen Anfrage noch einmal diese Frage gestellt, welche Maßnahmen Sie denn setzen möchten, um diese Informantinnen vor Racheakten zu schützen. Ich habe Sie auch gefragt, wie Sie die Glaubwürdigkeit der Sicherheitsbehörde wiederherstellen wollen, damit diese Behörde in Zukunft auch weiter Informationen von Informanten bekommt. Auf all diese Fragen haben wir keine Antwort bekommen oder zumindest eine sehr unzureichende Antwort. Wir haben diese Fragen noch einmal heute gestellt und wieder kaum Antworten bekommen. Und ich kann Ihnen aber versichern, wir werden diese Fragen wieder stellen und wieder stellen. Wir werden sie so lange stellen, bis Sie den Schutz der Menschen garantieren können, die ihr Leben in Gefahr gebracht haben, um die Österreicherinnen und Österreicher sicherer zu machen. Zweitens, Herr Abgeordneter, meine Herkunft hat mit dem BVT nichts zu tun. Zweitens, die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher ist in Gefahr. Und wir müssen in der Zeitung lesen, dass die Polizeieinheit bei der Hausdurchsuchung wie befürchtet weitaus mehr mitgenommen hat, als im Hausdurchsuchungsbefehl gestanden ist. Der Inhalt des Kommunikationsnetzwerks des BVT mit anderen befreundeten Sicherheitsbehörden, die gesamte Kommunikation, die mit anderen befreundeten Sicherheitsbehörden gespeichert war, wurde mitgenommen, das sogenannte Netzwerk Neptun. Dieses Netzwerk enthält unter anderem Daten des Deutschen Bundesnachrichtendienstes. Das bedeutet, dass erstens die Deutschen Nachrichtendienste sich zweimal überlegen werden, ob sie mit Österreich zusammenarbeiten. Denn Österreich kann Ihnen offensichtlich nicht garantieren, Österreich kann den Deutschen Bundesnachrichtendiensten nicht garantieren, dass ihre Kommunikation geheim gehalten wird. Drittens, Herr Innenminister, das BVT ist eine Behörde, die Ihnen unterstellt ist. Ist es da nicht Ihre Aufgabe, das BVT zu schützen? Wäre es nicht Ihre Aufgabe, zu verhindern, dass hochsensible Informationen von BVT-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, persönliche Daten von verdeckten Informanten, ja sogar private Adressen, in staatsanwaltschaftliche Hand gelangen oder in staatsanwaltschaftliche Akt gelangen, wo auch durch Akteneinsicht Einsicht genommen werden kann? Ist es nicht Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Ihre Mitarbeiter geschützt werden? Eine der wichtigsten Ermittlerinnen gegen Neonazis und gegen das rechtsextreme Milieu sieht sich mittlerweile nicht nur von FPÖ-Leuten im Innenministerium, also von Ihrem Dienstgeber, unter Druck gesetzt. Ihr wird sogar nahegelegt, in Pension zu gehen. Welche Maßnahmen setzen Sie denn diese wichtige Mitarbeiterin zu schützen? Herr Innenminister, Sie haben zugelassen, dass sensibelste Daten vom BVT mitgenommen wurden, sensibelsten Ermittlungsdaten über Rechtsextreme, über Burschenschaften, über terroristische Netzwerke. Diese und viele andere Sachverhalte lassen den begründeten Verdacht zu, dass es hier um eine systematische parteipolitische Einflussnahme auf unseren Verfassungsschutz geht. Eine Einflussnahme, eine Einflussnahme, die möglicherweise dafür gesorgt hat, dass Ermittlungen nicht aufgrund sicherheitspolitischer Überlegungen, sondern aufgrund parteipolitischer Interessen erfolgten. Und Strafrecht ist eine Kategorie, die Sie ablehnen oder so? Die wichtigste Behörde unseres Landes, Herr Rosenkranz, ist geschwächt. Und damit letztlich die Sicherheit der Österreicherinnen und Österreicher. Das BVT, das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, muss ordentlich arbeiten können. Das muss sich ändern und das wird sich ändern. Und unser Verfassungsschutz wird weder ein schwarzer Verfassungsschutz sein, noch wird es ein blauer Verfassungsschutz. Es wird ein rot-weiß-roter Verfassungsschutz und dafür werden wir sorgen. Es ist unser Ziel, es ist unser Ziel, den österreichischen Verfassungsschutz von parteipolitischen Interessen zu befreien, damit die wichtigste Sicherheit der Behörde des Landes auch wieder arbeiten kann. Das sollte für mehr Sicherheit in unserem Land sorgen, als zahlreiche Überwachungsmaßnahmen, die vor Kurzem beschlossen wurden. Herr Innenminister, Sie sind für die Sicherheit in unserem Land verantwortlich. Aber offensichtlich haben Sie ein größeres Interesse am Pferden, als daran, die Sicherheitsbehörde ordentlich arbeiten zu lassen. Herr Innenminister, Sie werden verstehen, warum wir Ihnen unser Misstrauen aussprechen werden. Vielen Dank. Das sagt Dagmar Zadic von der Liste Pilz.